und ich muss das doch möglich sein super es kommt hier nicht mal hoch super so jetzt komme ich ja nicht mal hoch verdammt ein gewick auch danke gleich mal aus dem bild ausnehmen also na geht doch mal kommen danke gut ist der level collapse dauer bauer ist okay das video dismiss flash teils hat das ist natürlich auch cool das wusste ich jetzt das muss ich noch nicht okay ach shit jetzt war es auch wieder dumm ok das ist so ein bisschen knifflig jetzt daran zu kommen ach das war es wieder dumm ich denke auch nie dran so na komm gfc ach nicht x so das ist ein bisschen schwicki gerade hm soll ich da ankommen ich vergesse ja auch mal da komm ich auch nicht ran ich denke mal die falsche taste aber da komm ich auch nicht an so ja ja ne shit so weiter nach links und nach oben vielleicht so reihe zu gehen und hier einfach nur nach links würde ich sagen ne komm ich nicht hin so sehr gut die nummer sieben eins sie realist coming to the towers probably a mistake not for the danger of her life which she had vividly faced many times but for the danger to the heart which she had faced only once before when they had asked her to choose okay okay ja so eine philosophische story das war jetzt nicht so gut das war jetzt schlechte reaktion von mir so ne das wird doch nichts ach shit doof das ist auch wieder dumm ne das wird nix oh ich muss was hießen blammt nicht riesen so ne also dürfte es auch mussten wir nicht ja oder nein ah shit äh kommen wir vielleicht aus ja doch so komm ich jetzt auch da noch rüber nein okay gut also muss ich das anders machen das war falsch okay und drüber ah hier ist das äh ist das怖ent oder wir keine da ist ein drinnen äh oder so was trottlet真的 äh 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 öh side öh 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 auf der earth, alone, but she wasn't, she'd always been alone, comfortable alone, until he'd offered an alternative, wer ist er, ihr Freund oder so, irgendwie oder sowas, ja shit, so, ja, das war's wieder doof, muss ein bisschen warten, so, da muss ich ein bisschen mit Disney überarbeiten, jetzt glaube ich, im richtigen Moment, ja, im richtigen Moment, nicht wenn du hier, so, okay, alter, das ist tricky, das ist echt tricky hier, das ist echt verdammt tricky, das gefällt mir die, die, die Mechanik von diesen Afterimages, von diesen Nachbildern, wenn man das übersetzen möchte, und daher, so, hier einfach nur rüber, glaube ich, shit, nein, das war falsch, so, ja, so, okay, und Nummer 9, why was she coming here anyway, what was she hoping to gain, she knew this place was her tomb, her home only to the dead, okay, ja, das frage ich mich auch, ja, shit, okay, also 100% werde ich es wahrscheinlich so nicht machen, von daher, und das schon mal fertig, okay, ich würde sagen, wir machen jetzt eine Pause, so genug, ach, shit, gestoßen, genug aufgenommen, und ich würde sagen, ich renne das jetzt, da hat das hoch, das war der erste Vater um 18 Uhr kommt, und ich würde sagen, das Spiel, das jetzt, ich hoffe ich, wenigstens aufnehmen, die geben wir es aus, und, oh, macht das einen Spaß, mwohu, das war ein schöner Schadenbelabe , das gefällt mir, diese Mechanik mit den Afterimages, ich glaube bestimmt noch mehr dazu, dass man die, dass man die Afterimages ansieht, ob ich meine, die noch die kombinieren muss und, und, und dies müssen muss, und, oh, Alter, das wird bestimmt komplexlich jetzt später, ich meine, vierlevelz, waren nur da von gestrichen, und dann haben wir noch zwei Kasten levels, die wir machen können, daher glaube ich sind doch noch einiges das spiel ich würde sagen wir sehen uns dann das nächste mal bei let's play camera ops wir sind leute auf wiedersehen